Was gut zu tun? Spezielle Frage, habt ihr jetzt gerade Schmerzen am Körper? Also habt ihr irgendwie Schmerzen beim Laufen? Ja. Wie viel ändern etwa von 0 bis 10? Äh, soll ich sagen, wenn ich richtig laufe? Okay, ja. Wir leben immer wieder, wie Jesus heilt, weisst du? Schmerzen wegnimmt, durch ein kurzes Gebet, kurze Hand auflegen, weisst du? Kostet nichts, wir machen es mega gerne. Ist ja auch keine Kurzbetten, kannst du mal kurz die Hand geben, so Schmerzen weggitzt. Ist glätt, ja. Die Schmerzen geht jetzt weg. Ist ja speziell, gell? So Strafbetten. Glaubst du nicht jeden Tag? Ein paar Schritte machen, schnell checken. Wie viel hast du jetzt noch von 0 bis 10? 6. So ein wenig weniger, ja. Vorher hast du wie viel gehabt? 7, 8. Ja, der bringt noch ganz weg, ja. Jetzt richte ich hier an mich und jetzt geht es den ganzen auf 0 bis 10. Jetzt müssen wir schauen. Dann erleben wir immer wieder, weisst du? Hier ist Schuhnamen, Schmerzen weggitzt ganz weg, in Jesu Namen. Ich schau ihn noch mal checken. Ja, krass. Ja, krass, gell? Ja, wie viel hast du jetzt? Also wirklich nur noch so 0 bis 10. 0 bis 10? Ja. Das ist Jesus. Ja, das ist Jesus. Ja, das ist Jesus. Ja, er liebt dich mega. Kannst du? Gib dir noch eine Karte mit schnell. Alles klar. Tschüss. Mach aufgereций. Da sind wir alle zusammen. Welche Square, d bırak? Kein